In diesem Video möchten wir Ihnen erläutern, wie die Abrechnung der Kosten bei Google AdWords funktioniert. Im Einzelnen werden wir die folgenden Punkte erklären. Kosten für AdWords werden nicht immer am Ende des Monats abgerechnet. Eine Abbuchung erfolgt, sobald die ausstehenden Kosten einen Abrechnungsgrenzbetrag erreicht haben oder wenn 30 Tage seit der letzten Abbuchung vergangen sind. Der anfängliche Abrechnungsgrenzbetrag von 50 Euro wird zunächst auf 200 Euro, anschließend auf 350 Euro und schließlich auf 500 Euro erhöht. Zu Beginn eines jeden Monats können Sie sich für den vergangenen Monat eine Online-Rechnung ausdrucken, in der alle Abbuchungen des Vormonats aufgeführt werden. Anhand eines Beispielkontos möchten wir Ihnen im folgenden den Abrechnungszyklus genauer erklären und Ihnen zeigen, wo Sie Ihre monatlichen Rechnungen abrufen können. Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnung und wählen Sie Abrechnungszusammenfassung, um auf die entsprechende Seite zu gelangen. Auf der Seite Abrechnungszusammenfassung können Sie folgende Informationen abrufen. Die täglichen kampagnenbezogenen Aktivitäten, die Gebühren, die dadurch angefallen sind, alle Zahlungen oder Gutschriften und den jeweiligen Kontostand an einem bestimmten Tag. In diesem Konto wurden für den 27. Mai 19 Klicks berechnet, wie Sie in der Spalte Beschreibung sehen können. Dies entspricht Kosten in Höhe von 90 Cent, wie in der Spalte Gebühren ausgewiesen. Dies wirkt sich auf Ihren Kontostand aus, welcher sich um 90 Cent auf 20,20 Euro erhöht. Da der Abrechnungsgrenzbetrag bei neu eröffneten Konten zunächst 50 Euro beträgt und Sie zu diesem Zeitpunkt diesen Kontostand zwar nicht erreicht haben, jedoch 30 Tage seit der letzten Abbuchung vergangen sind, wird nun eine Abbuchung erfolgen. Sie sehen diese Abbuchung in der Spalte Gutschriften, da dieser Betrag durch Abbuchung von Ihrem Bankkonto oder Ihrer Kreditkarte, Ihrem AdWords-Konto gutgeschrieben wird. Dies wirkt sich auf Ihren Kontostand insofern aus, als dass der Abbuchungsbetrag in Höhe von 16,56 Euro von dem ausstehenden Betrag in Höhe von 20,20 Euro abgezogen wird. Beachten Sie, dieser Abbuchungsbetrag ist der Betrag, der zum Zeitpunkt der Abbuchung bereits als Kostenpunkt feststand. Er kann also von dem hier ausgewiesenen Kontostand von derzeit 20,20 Euro abweichen. Am 18. September wurde zum ersten Mal der erste Abrechnungsgrenzbetrag in Höhe von 50 Euro erreicht. Daher erfolgt an dieser Stelle vorzeitig eine Abbuchung und wir werden den Abbuchungsgrenzbetrag auf 200 Euro erhöhen. Sie sehen, dass hier die nächste Abbuchung am 4. Oktober in Höhe von 221,47 Euro erfolgte. Im nächsten Schritt wird der Betrag auf 350 Euro und schließlich auf 500 Euro erhöht. Danach erfolgt immer eine Abrechnung, wenn der Kontostand 500 Euro erreicht hat oder nach 30 Tagen, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Sie können sich für jede Abbuchung eine Zahlungsquittung ausdrucken. Klicken Sie dazu auf den Link Zahlung Bankeinzug. Dadurch öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Zahlungsquittung angezeigt wird. Sie können sich außerdem für jeden Monat eine Rechnung ausdrucken. Die Rechnung für Oktober ist Anfang November in Ihrem Konto abrufbar. Um die Rechnung zu drucken, klicken Sie auf den Link Rechnung. Dadurch öffnet sich ein neues Fenster, in dem die monatliche Rechnung angezeigt wird. Wenn Sie mehr über die Klicks, die Ihnen an einem bestimmten Tag berechnet wurden, erfahren möchten, klicken Sie einfach auf den Link Kampagnenbezogene Aktivität. Hier sehen Sie alle Details zu den berechneten Klicks. In dieser Tabelle sehen Sie, wie viele Klicks pro Kampagne an diesem Tag berechnet wurden. In der Spalte Kosten für Anzeigenschaltung werden die Kosten aufgeführt, die Ihnen auch in der Kampagnenübersicht unter der Registerkarte Kampagnen angezeigt werden. In der Spalte Tatsächliche Kosten werden die Kosten aufgeführt, die Ihnen tatsächlich berechnet wurden. Beachten Sie, dass diese beiden Summen voneinander abweichen können. Dies kann der Fall sein, wenn an einem bestimmten Tag Ihr Budget um bis zu 20 Prozent überschritten wurde. Wir werden Ihnen diese Mehrkosten nicht in Rechnung stellen. Deshalb werden in der Spalte tatsächliche Kosten nur das Tagesbudget plus maximal 20 Prozent, also in diesem Fall 1,20 Euro als Kosten ausgewiesen, obwohl die Kosten der Anzeigenschaltung 3,52 Euro betragen haben. Da die Anzahl an Klicks und Impressionen von Tag zu Tag variiert, ist es möglich, dass die Kosten einer Kampagne an einzelnen Tagen ober- bzw. unterhalb des Tagesbudgets liegen. Unser System stellt in jedem Fall sicher, dass Sie in keinem Kalendermonat mehr als die Anzahl der Tage pro Monat multipliziert mit Ihrem Tagesbudget bezahlen müssen. Dieser Betrag entspricht Ihrem Monatsbudget. Unser System stellt auf diese Weise sicher, dass Sie im Laufe der Zeit Ihr Werbebudget optimal ausnutzen. Das war's für Sie im Laufe der Zeit. Unser System. 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 Unser